Wir von BorderFree haben es uns zum Ziel gesetzt, das Leben, die Gesundheit und die Würde der flüchtenden Menschen zu schützen. Das Leben hier in den Camps in Südserien ist geprägt von Langweile, Monotonie und ewigen Warten. Wir haben uns vorgenommen, diese Monotonie zu durchbrechen. Da Fussball eine der beliebtesten Sportarten weltweit ist, bieten wir tägliche Trainings und Matchs für Frauen und Männer an. Das Spielen hilft den Jugendlichen und Erwachsenen, Spannungen abzubauen, weckt Emotionen und fördert zudem den Teamgeist. In unseren Schulhäusern führen wir täglich Deutsch- und Englischunterricht auf verschiedenen Niveaus durch. Zudem haben wir auch Klassen für Analphabeten, bei welchen wir aus den Reihen der Flüchteten unterstützt werden. Während diesen Stunden können unsere Schüler erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein machen. In unserem Internet- und Büchercafé, dem Umbrella, bieten wir einen warmen bzw. kühlen und sicheren Rückzugsort an, in welchen die Flüchtenden bei einer warmen Tasse Tee die Möglichkeit haben, ein Buch zu lesen, Gesellschaftsspiele zu spielen oder sich einfach mal in Ruhe zu unterhalten. Nicht nur die Frauennachmittage, nein, auch die Männernachmittage, welche durch unsere Volunteers organisiert werden, stossen auf grossen Anklang. Insbesondere bei den jungen Männern, die auch mal ihre kreative Seite ausleben möchten. In freundlicher wie auch freundschaftlicher Atmosphäre wird so gelacht, geschwitzt, gemalt, gebastelt, geschminkt und gespielt. Falls man vor oder nach dem Tee noch Lust hat, sich die Haare schneiden zu lassen, den Bart in Form zu bringen, die Nägel zu verschönern oder einfach mal ein neues Make-up auszuprobieren. In unserem Barber- und Beauty-Salon ist dies möglich. In erster Linie scheint dies alles nicht nötig zu sein. Wir wollen diesen Menschen einen Ort bieten, an welchen sie sich zurückziehen können. Ein Barber- und Beauty-Salon ist nicht notwendig. Freude empfinden und sich in seinem Körper wohlzufühlen, jedoch allemal. Uns ist es ein grosses Anliegen, Ihnen von ganzem Herzen für die Unterstützung unserer kleinen Organisation Border Free Association zu danken. Ihre Hilfe ist für uns die tägliche Motivation, für die Menschen da zu sein, die vor Krieg und Terror flüchten und ihnen, auch unter den gegebenen Umständen, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in den letzten Jahren viele Hilfsprojekte in Griechenland und Serbien umsetzen und das Leben tausender Flüchtenden massgeblich verbessern. Das alles wäre ohne Ihre grossartige Hilfe nicht möglich gewesen. Wir bitten Sie, uns auch weiterhin nicht zu vergessen.